Samstag, 12.01.2013. Das Jahr hat turbulent begonnen. Während sich im preußischen Landtag der regierende Bürgermeister von Berlin einem Misstrauensvotum der Opposition stellen muss, demonstrieren draußen Bürger gegen die Politik des Regierenden. Mit dabei die Lärmwehr von Bernd Otto. BER-Debakel und kein Ende. Das Maß ist voll, Wovereit muss weg und Schluss mit dem Milliardengrab BER, Neuplanung sofort, fordern die Demonstranten. Davon ließen sich die Fraktionen von SPD und CDU nicht beeindrucken und stimmten geschlossen gegen den Misstrauensantrag der Opposition. Doch ist diese Vogelstrauß-Politik wirklich zukunftsfähig? Montag, 14.01.2013. In Potsdam findet die Farce ihren Fortgang. Hier stellt Ministerpräsident Platzeck die Vertrauensfrage. Auch im brandenburgischen Landtag sind die Verhältnisse klar, wenn auch mit umgekehrtem Vorzeichen. SPD und Linke stellen die Mehrheit und werden den Ministerpräsidenten im Amt bestätigen. Der war zwar eigentlich auch nie für Schönefeld, will sich aber den Fakten beugen. Die ganzen Fachleute sagen ja, wenn Berlin wächst, ist auf einmal der Flughafen ja doch wieder zentral. Ist der nicht ein bisschen am falschen Standort? Es ist so ein Stück vergossene Milch. Ich habe Anfang der 90er Jahre als Umweltminister das Raumordnungsverfahren geführt. Wir wollten Sperrenberg haben. Es ist bekannt, dass Eberhard Diebken, Helmut Kohl, Herr Wissmann gegen Sperrenberg waren. Es war nicht durchsitzbar und so sind wir zu Schönefeld gekommen. Und da müssen wir heute das Beste draus machen. Hier steht er wohl auf verlorenem Posten. Denn durch die neuerliche Verschiebung der BER-Eröffnung entsteht auch die Frage nach dem Standort neu. Während drinnen die Diskussion läuft, fordern draußen in der Kälte die Bürger ein Ende des Milliardengrabs BER.